Und wieder ist es soweit. Ich habe das Shirt Hashtag Dividende an. Ihr wisst, was los ist. Das monatliche Portfolio Update. Sehr, sehr spannend, was diesen Monat passiert ist. Und ja, Hashtag Dividende ist wahrlich das Konzept im letzten Monat in meinem Portfolio. Ich habe die stärkste Dividendenausschüttung, seit ich Investor bin, letzten Monat erhalten. Und zwar allen voran ist es der Aktienwahl oder Wail geschuldet. Genau das und vieles, vieles mehr werden wir uns jetzt in diesem Portfolio Update ansehen. Vor allem klären wir eine Frage. Sind die Value Werte wieder zurückgekehrt? Gibt es eine Branchenrotation an der Börse? Ist Value wirklich back? Ich würde sagen, wir klären all diese Fragen gleich nach dem Intro. Los geht's! Und somit ein herzliches Willkommen hier auf meinem YouTube Kanal. Mein Name ist Tom und es freut mich sehr, dass du hier heute eingeschaltet hast. Wie gesagt, wir machen jetzt das Portfolio Update zum Monat März. Wir starten gleich rein und schauen uns die Sparpläne an. Auch hier hat sich etwas verändert. Ich habe mich entschieden und zwar letztes Monat. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, der größte Fehler, den ich 2020 gemacht habe, beziehungsweise einer der größten Fehler, die man an der Börse machen kann, wenn man investiert. Und zwar verlinke ich euch das Video hier. Und genau aus diesem Grund habe ich jetzt hier Pandora Go & Grow hinzugefügt. Und zwar einfach, weil ich mir eine größere Cash Reserve aufbauen möchte. Nicht, weil Go & Grow so über super ist. Das nutze ich hier einfach als Vehikel, dass ich trotzdem Zinsen auf mein geparktes Geld bekomme. Und zwar in Höhe von 6,75%. Und also mein Geld nicht an Wert verliert. Zumindest ist es mindestens die Inflation abdeckt, aber auch ein paar Zinsen noch dazu generiert. Und wenn ich es dann liquide brauche, bei einem nächsten Dip, wenn die Börse mal nach unten geht und ich liquides Geld nachschießen möchte, dann habe ich das eben auf Go & Grow bereit und relativ liquide. Das hier ist die größte Änderung. Alle anderen Änderungen fallen hier nicht wesentlich ins Gewicht. Und ich habe hierzu zwei Aktien ein bisschen reduziert. Und hier kommen eben diese 200 Euro neu dazu monatlich ab jetzt in mein Pandora Go & Grow Konto. Ansonsten ist nicht viel zu sagen zu den Sparplänen. Ihr seht hier eine Übersicht. Ich bespare mittlerweile, wie ihr wisst, fast alles bei Scalable Capital. Einfach der Kosten wegen. Ich habe hier noch einen Xiaomi Sparplan laufen, der irgendwann Ende dieses Jahres ausläuft. Den lasse ich noch bei der Consors Bank. Sobald der rausgelaufen ist, bespare ich dort nichts mehr. Ansonsten habe ich noch Bitbanda. Natürlich die Kryptowährungen lasse ich nicht außen vor. Hier bespare ich weiterhin meine 50 Euro in Ethereum, 175 Euro in Bitcoin und die 100 Euro in den 25er Index. Genau. Neu dazugekommen, wie gesagt, ist Pandora Go & Grow. Und ansonsten habe ich hier noch meinen Einzeltitel, die ich bespare. Das hier hat einen Gegenwert von 525 Euro. Und die Langfriststrategie, die ich ja nicht verändere. Das sind hier diese genau 500 Euro. Hier mache ich nichts. Das ist für meine Altersvorsorge. Alle anderen Sachen, da kaufe ich und verkaufe ich gegebenenfalls oder ändere die Sparpläne auch ab. Genau. Ich würde sagen, so viel dazu. Ihr habt jetzt meine Sparpläne über sich gesehen. Das ist eine Summe 1.600 Euro, was ich hier monatlich investiere, regelmäßig über Sparpläne. Zum Teil passiv oder hauptsächlich passiv. So, kommen wir einfach hier zu Portfolio Performance. Ganz kurz, wer diese Videos noch nicht kennt, Portfolio Performance ist ein Gratisprogramm, wo man seine Portfolios, verschiedene Depots, Konten etc. tracken kann. Man muss hier alles selbst einpflegen. Es ist ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber es lohnt sich absolut, denn hier hat man eine tolle Übersicht. Das werdet ihr jetzt auch gleich in Ihrem Video sehen. Und zwar haben wir hier eingestellt, habe ich hier eingestellt, 1. des 3. bis 31. des 3. Das heißt, wir schauen uns aktuell am Anfang jetzt ganz kurz nur den März an. Und dann schauen wir uns an, was das gesamte Portfolio über die gesamte Laufzeit geleistet hat. Genau. Hier ganz kurz, paar Daten zu März. Es sind 3,55 Prozent, was ich gemacht habe. Extrem, extrem gut also. Ganz, ganz krass hier. Die Dividenden, wenn wir im März ansehen, sind jetzt dreistellig. Das freut mich extrem. Das heißt, ich habe hier 113,12 Euro an Dividende kassiert und noch 4,19 Euro an Zinsen. Das heißt, minimal, auch ein paar Zinsen sind reingesprudelt. Das heißt, wir haben hier einen schönen Ertrag im März erhalten. Und ja, ich zeige euch nachher gleich, wenn wir zu den Einzeltiteln kommen, welche hier so gut ausgeschüttet haben. Ansonsten ist nicht viel zu sagen. Also das Depot ist schön im Plus. Wir hatten hier Anfang März einen kleinen Drawdown hier in meinem Depot. Dann sind wir so seitwärts gelaufen. Dann nochmal einen kleinen Dip. Und am Ende sind wir hier schön gestiegen. Und das ist eben vor allem den Aktien hier geschuldet. Und zwar den konservativen Value Aktien. Und ihr seht hier, ich tracke hier ja immer, was die Dividendenaktien machen und was meine Wachstumswerte machen. Und ihr seht, im letzten Monat haben die Dividendenaktien 7,19% gemacht. Und die Wachstumswerte jetzt in meinem Depot minus 2,31%. Das heißt eine Outperformance von knappen 10%, was die Value Aktien das letzte Monat im Vergleich zu den DEC Aktien haben. Ja, das hat man natürlich auch an der Börse gesehen. DEC Aktien haben sehr gelitten. Und ja, es gibt dafür mehrere Gründe. Einmal, dass die Zinsen hier ein wenig, also die Realzinsen ein wenig gestiegen sind von den 10-jährigen Staatsanleihen. Und natürlich hier eben die DEC Giganten hier ein wenig gelitten haben. Und die ganzen Wachstumswerte, in die ganz, ganz viel Geld reingeflossen ist vorher, ja, die haben jetzt einfach ein wenig konsolidiert. Ich finde, das ist eine gute Sache. Jetzt haben wir mal ein bisschen Luft raus und sind nicht mehr so krass überbewertet wie vorher in der ganzen Zeit. Also für mich ist das ganz okay. Denn ihr seht auch hier, dass wenn wir jetzt nur die Aktien hernehmen, das habe ich bei beiden Seiten ungefähr gleich viel drin. Das sieht man natürlich auch hier, wenn ich hier zwischen Wachstum und Dividende, ihr seht, das ist ungefähr gleichwertig. Wenn wir aber von meiner aktiven zu meiner passiven Strategie kommen und bei der passiven Langfriststrategie sind natürlich vorwiegend auch Value Aktien dabei. Und hier sehen wir schön, wenn wir das eben auch im letzten Monat ansehen, dann hat meine passive Strategie, ist natürlich viel, viel größer und hier habe ich eine Gesamtsumme von 40.000. Und bei der aktiven, wo ich ja auch kaufe und verkaufe, sind es nur 18.000 Euro. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem auch mit meiner aktiven Strategie hier 4,15% Rendite gemacht, weil ich ja natürlich hier aktiv agiere und auch verkaufe und kaufe. Hier habe ich zwei, drei Benchmarks, dass man das auch ein bisschen sieht. Also meine aktive Strategie hat den S&P 500 outperformt. Und das Interessante hier, wenn man das jetzt sieht, ist, dass der All World hat hier auch den S&P 500 outperformt. Und zwar fast, ja, 1,5% fast mehr. Nichtsdestotrotz hat meine passive Strategie hier auch wieder diesen All World outperformt. Und das gesamte Depot, also hier habe ich mein Gesamtdepot, hat eben auch hier 3,55% Rendite gemacht im März. Und die Benchmark, die ich mir für das gesamte Depot gesetzt habe, war eben der MSCI World. Den habe ich locker outperformt. Wenn wir uns das noch kurz im Diagramm ansehen, dann sieht man das auch hier schön. Hier kommen wir zum MSCI World. Ihr seht, in blau ist der MSCI World, in grün ist mein Portfolio. Hier haben wir, ja, auch hier ist eine Outperformance zu sehen im Dip, dann klarerweise beim Peak auch. Hier sind wir ungefähr gleich gewesen. Am Ende des Monats ist mein Portfolio, das hier ist das gesamte Depot, deutlich gestiegen. Interessanterweise hat der DAX, ich glaube, das ist eine von den wenigen Monaten, wo der DAX mich outperformt hat. Und das war eben letztes Monat so, hier in grün mein Portfolio und in roter DAX und S&P 500. Was mir der wichtigere Benchmark ist, den habe ich hier auch outperformt. Genau, einfach einmal dazu. Schauen wir uns noch ganz kurz Rendite und Volatilität an. Hier sehen wir es immer schön. Diese Achse hier ist die Volatilität und hier haben wir die Rendite. Und ihr seht hier, dass der DAX eben mit diesen 7,1% und 4,15% Volatilität hier der beste Index im letzten Monat gewesen wäre, wenn man in diesen hier investiert hätte. Mein Portfolio ist so im Mittelfeld, beziehungsweise von der Rendite her sogar stärker wie der S&P, das haben wir gerade auch gesehen. Und von der Volatilität auch so im Mittelfeld. Genau, ich würde sagen, so viel zum reinen letzten Monat. Schauen wir uns vielleicht noch die Kryptowährungen an. Ich habe IOTA verkauft. Das heißt, ich habe hier einen True Time Weighted Return von 25% gemacht letzten Monat. Und hier auch wieder 400 Euro Kurserfolge realisiert. Aber jetzt glaube ich, kommen wir einfach mal zum Gesamtdepot seit 1.01.2019. Seit da habe ich angefangen zu investieren. Hier sehen wir jetzt die ganze Übersicht. Und ja, ganz schön hier, wir kratzen jetzt schon an den 70.000 Euro hier. Das ist natürlich ein großer Erfolg für mich. Ich bin knapp 60% im Plus, ist extrem krass. Das heißt, eigentlich sind von den 70.000 Euro nur 30, 40, 50% von mir drinnen. Ihr seht hier realisierte Kurserfolge. Vielleicht könnten wir das nochmal zurückschalten. Das wollte ich auch noch sagen, dass ich eben diese 800 Euro letztes Monat realisiert habe und 119 Euro an Erträgen erhalten habe. Wenn wir das jetzt auf Gesamt nehmen, habe ich schon knappe 8.000 realisiert. Mittlerweile hauptsächlich den größten Teil in diesem Jahr. Hauptsächlich bei den Kryptowährungen. Und Erträge auch schon fast 3.000 Euro. Diese hier, die realisierten Sachen, zählen hier natürlich hinzu. Eine schöne Entwicklung aus meiner Sicht. Ein interner Zinsfuß aktuell von 27%. Mal sehen, ob ich den halten kann im Jahr. Das wäre natürlich hier schön. Hier sieht man die Corona-Krise und hier zuletzt diesen krassen, krassen Anstieg. Schauen wir uns nochmal hier gleich die Aktiv- und Passiv-Strategie im gesamten Verlauf an. Ihr seht hier, dass ich im Aktiv bin, ich sehr gut dabei, bin sehr zufrieden mit meiner Performance. Das heißt, ich habe hier ja viel, viel weniger Geld, was ich reinstecke. Ihr seht hier, dass ich investiertes Kapital von 5.000 Euro habe und daraus 18.000 Euro gemacht habe. Das entspricht einem Delta von über 13.000 Euro. Und das finde ich, ist schon extrem, extrem cool. Das heißt, hier habe ich 13.000 Euro Gewinn gemacht aus 5.000. Und ja, natürlich, der Crypto-Run ist hier hauptsächlich verantwortlich. Nichtsdestotrotz gehört hier beim Aktiv-Investieren immer sehr viel Disziplin dazu. Also ich habe hier eine Rendite von 228%. Die passive Strategie, wo ich einfach die Sparpläne laufen lasse, das habt ihr am Anfang gesehen, ganz simpel, hat hier auch eine Outperformance von All World und zwar von 15% mittlerweile. Das hier ist auch die größere Summe. Und wenn wir das Gesamtportfolio ansehen, das haben wir schon gesehen, wir haben jetzt 69.500 Euro. Ich habe investiert 47.700. Das heißt, hier habe ich ein Delta von 21.000 Euro. Das heißt, 20.000 Euro, knappe, wie gesagt, 30% hier in meinem Portfolio sind Gewinn. Und das ist ein Return von 57%. Viel wird ja wieder reinvestiert hier natürlich, das muss man hier wissen. Und auch hier habe ich meinen Index, den MSCI World, deutlich geschlagen. Ne, deutlich kann man jetzt nicht sagen, aber ich habe ihn geschlagen. Und zwar bei allen drei Strategien. Das gefällt mir insgesamt natürlich ganz, ganz gut. Wobei, wenn ich das gesamte Portfolio ansehe, auf die ganze Zeit, und zwar im Diagramm, hier seht ihr das mal schön, diesen krassen Anstieg in letzter Zeit. Hier ist vielleicht das Diagramm hier ganz interessant. Hier sieht man das investierte Kapital und was daraus geworden ist in grün. Also hier haben wir mittlerweile einen großen, großen Spread. Wir hatten hier zeitweise auch in der Corona-Krise Minus. Aber in letzter Zeit ist das wirklich ganz krass nach oben geschossen, wie wahrscheinlich bei den meisten. Genau, und wenn wir hier den MSCI World, den habe ich mittlerweile outperformt, aber geschuldet der letzten Zeit. Jetzt habe ich wirklich auch hier Gas gegeben. Den DAX ganz klar outperformt. Und wo ich hier noch ein bisschen hinterher hinke auf die gesamte Zeit, ist der S&P 500. Ich habe am Anfang ganz viel Peer-to-Peer-Kredite gemacht. Das wisst ihr vielleicht noch. Und da hatte ich halt nur, in Anführungszeichen, diese 10% Rendite per annum. Und da bin ich hier halt deutlich hinterher gehinkt. Ihr seht das am Anfang, was der S&P 500 gemacht hat. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt sehr stark aufgeholt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass ich langfristig den S&P 500 hier schlagen kann als Semiaktiver Investor. Genau, zurück zur Performance. Wir hatten hier das. Wir schauen uns ganz kurz die Peer-to-Peer-Kredite hier an. Ihr wisst, was bei Pandora los ist. Hier im März hatten wir wieder minus 0,2% Minuszinsen. Dazu möchte ich nicht ganz, ganz viel sagen. Ja, ein Fehler meinerseits. Lange her. Habe dazu auch schon ein Video gemacht und das erklärt. 0,9% hier. Minusz ist relativ stabil. Und bei den anderen Plattformen habe ich hier quasi nichts mehr drin. Außer Estegur diese 100 Euro. Habe ich dieses Monat gar nicht eingetragen. Fällt mir gerade auf. Weil eben nicht so relevant für das Portfolio hier. Genau. Zurück zu den Aktien. Wie gesagt, Dividendenzahler. Langfristig sehr gute Rendite. Wachstumswerte natürlich auch. Ich würde sagen, wir kommen jetzt gleich hier. Rendite, Volatilität haben wir uns angesehen. Schauen wir uns mal kurz die Bestände an. Dass ihr seht, wie schön bunt gemischt mein Portfolio mittlerweile ist. Die größte Position ist natürlich immer noch der Dividenden-Aristokraten-ETF, den ich auch weiterhin bespare. Ist für mich eine Langfrist-Altersvorsorge. Diesen ETF, ja, den halte ich nur noch. Mittlerweile habe ich auch ziemlichen Cash-Anteil auf dem Referenzkonto bei der Comdirect. Ziemlichen Cash-Anteil bei Pandora. Wobei hier nur 2.000 Euro Ingo und Gross Interesse ist noch in einem Portfolio gebunden. Dann kommt schon die erste Aktie, Amazon. Größte Position in meinem Portfolio. Im Merchant Markets auch immer sehr gut vertreten. Und dann ist auch schon der Bitcoin die nächste Position, die hier relativ groß ist. Ihr seht, hier habe ich ziemlich viele Positionen. Viele Einzeltitel mittlerweile, die hier auch drinnen sind. Ballantir, Twitter, Pinterest, Vale oder Vale. Das sind halt viele Werte, wo ich sage, das ist so eine, das gehört halt zu meinem aktiven Portfolio. Es gibt einige, ja, Semi-Value-Aktien, die ich hier weiterhin bespare. Aber ich werde mich hier auch von ein paar kleinen Titeln trennen, die ich früher mal besparen wollte, die ich mittlerweile hier noch im Depot habe, aber die einfach nicht relevant sind. Und hier einfach das ganze Depot, ja, ein bisschen wirrwarr aussehen lassen. Hier werde ich ein bisschen, ja, simpler alles gestalten. Simplicity ist immer eine gute Sache hier. So, kommen wir zu den Erträgen. Ich bin hier schon auf Dividenden. Und hier seht ihr die ganzen Erträge in den letzten ganzen Jahren. 2019, 2020, 2021. Und ja, wir sind ja jetzt schon im April, wenn ich das Video heute aufnehme. Heute ist der 9. April hier, Freitag. Wir haben diesen Monat auch schon 58 Euro an Dividenden erhalten, aber der März war hier weitaus der stärkste Monat. Schauen wir uns mal namentlich hier durch. Wer alles ausgezahlt hat, 3M, hier 2,35 Euro, BlackRock 1,28 Euro. Home Depot hat ausgezahlt, Intl hat ausgezahlt. High Dividend Low Volatility ETF hat ausgezahlt, schöne 5 Euro hier. Bei der kleinen Summe, die ich hier nur drinnen habe. Johnson & Johnson, McDonalds, Novo Nordisk, Royal Dutch Shell hat ja auch eine schöne Dividende gezahlt von 11 Euro. Der Dividenden Aristokrat hat hier rausgeschüttet. 2 Euro nur, das ist die kleine Position bei Scalable. Und wahrscheinlich ist die nächste Position hier später gekommen. Genau. Hier sind dann 36 Euro, das heißt, wir sind hier auch schon auf 40 Euro. Quartalsdividende auch schön. Ja, was hier haben wir hier noch? Starbucks, Unilever, das sind eher kleinere Ausschüttungen, beziehungsweise Unilever. Meine größere Position, da habe ich einen Einmal-Einmal-Kauf gemacht in letzter Zeit. Hat hier auch schön 16 Euro ausgeschüttet. Aber die größte Position ist hier natürlich Vale oder Vale, das Rohstoffunternehmen, südamerikanische, mit 61,90 Euro. Richtig schön und tolle Ausschüttung. Also man sieht hier schön den Peak. Schauen wir uns mal die Zinsen an. Die sind natürlich rückläufig. Ich habe ganz wenig Geld nur noch in den Peer-to-Peer-Plattformen drinnen. Wie ihr wisst, das will ich auch so haben. Und overall, wenn wir jetzt die gesamten Erträge hier ansehen, dann sieht man hier schön, dass ich fast schon, also das letzte Jahr habe ich überholt. Und ja, ich bin fast schon auf dem Wert von 2019, wo ich ja wirklich quasi fast mein gesamtes Kapital in Peer-to-Peer-Plattformen drinnen hatte. Und das wird schön, wenn die Dividenden dann irgendwann das übersteigen werden. Hier vielleicht noch, ja, man sieht hier die Gebühren. Ich habe auch ziemlich Gebühren bezahlt im letzten Monat, im März. Hier sind natürlich hier auch den Einzelkäufen geschuldet. Hier ein paar, die ich gemacht habe. Und ja, Steuern wieder sind wenige. Da seht ihr hier die Steuern, die ich letztes Jahr gezahlt habe. Die trage ich ja dann manuell ein, wenn ich die Steuererklärung hinter mir habe. Genau, kommen wir hier nochmal vielleicht zu den Wertpapieren selbst. Und dann gehen wir schon, schauen wir uns die Depots an und zum Schluss noch ein paar Klassifizierungen. Ja, hier haben wir die ganzen Wertpapiere. Also, ich habe das jetzt mal nach absoluter Performance, können wir das hier mal reinpacken. Ihr seht hier natürlich Bitcoin Platz 1. IOTA habe ich letztes Monat verkauft, den Restbestand. Ich finde, der Kurs war jetzt sehr, sehr gut für mich. Ich habe jetzt, ich habe zwar noch IOTA in meiner HODL-Position, aber hier in der aktiven Position habe ich kein IOTA mehr. Habe ich eine tolle Rendite hier gemacht von 400%, 600% bei Bitcoin. Und bei Ethereum habe ich ja fast 1000% hier, absolute Performance auch gut. Dort habe ich ja auch schon mal ein Stück hier verkauft. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen warten können, wenn man das hier anzieht. Aber eben, an Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben. Das gefällt mir immer, dieser Spruch. Ja, und dann kommen schon hier ETFs. Auch Denker hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Dieser verkauft war richtig, richtig cool im letzten Monat. Hier, wann wurde der stattgefunden? 5. des 3. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das in der letzten Ausgabe gar nicht gesagt, weil das war ein Tag, nachdem ich das Video aufgenommen habe. Hier gab es einen kurzen Peak und den seht ihr hier. Und dort habe ich jetzt die Hälfte meines Denker Stacks verkauft. Und somit hier, ja, ist alles, was ich in Denker noch drinnen habe, Gewinn. Also das alles ist rein Gewinn, weil ich habe wirklich 50% von meinem Anteil hier, von meinen Aktien hier verkauft. Und der Rest ist quasi nur noch Gewinn, der jetzt mitläuft und mir natürlich auch hier schöne Dividende bringt. So sollte das eben immer funktionieren. Das wäre natürlich schön. Genau, und viele andere Werte sind im Plus. Schauen wir vielleicht hier, also wirklich deutlich im Plus. Das seht ihr hier, wenn wir die Rendite hier ansehen, gehen wir mal vielleicht nach Rendite von den Titeln, nicht von absoluter Performance. Das hat ja immer mit der Größe zu tun. Wir haben hier sehr viele Dreistellige mittlerweile und einige Zweistellige auch. Vielleicht trenne ich mich demnächst mal von Apple, wobei hier der Marktwert aktuell relativ klein ist im Verhältnis zu meinem Portfolio. Und ja, wir sind hier sehr schön im Plus. Es gibt nur noch wenige Titel, die im Minus sind. Allen voran diese neuen Titel, die ich hier bespart habe, und zwar eben JD, Tencent, Alibaba, die ganzen Merchant Marker oder China-Aktien. Die sind aktuell, seit ich gekauft habe, relativ nach unten gerutscht. Das passt mir natürlich ganz gut. Hier bekomme ich einen billigeren Einstieg. Und ich glaube langfristig an diese Unternehmen. Deshalb ist das für mich hier, weil ich da ja nur Sparpläne drauf habe, eher eine gute Sache hier. Grundsätzlich. Genau, ich würde sagen, wir schauen uns ganz kurz alle Depots nochmal an, bevor wir hier in die Klassifizierungen kommen. Und zwar, ich bin immer ein Freund von Transparenz hier, weil ich glaube, jeder kann hier reintragen, was er will bei Portfolio Performance. Ich glaube, es ist am interessantesten, wenn man auch zeigt, dass das auch im Hintergrund wirklich wahr ist, was man hier sagt und auf YouTube oder grundsätzlich preisgibt. Ja, das ist jetzt hier Scalable. Ihr seht, das ist mittlerweile fast mein größtes Depot. Ist relativ schnell im Kurs gewachsen, obwohl ich das erst seit ein paar Monaten nutze. Mein absolutes Lieblingsdepot hier. Einfach der Kostenweg, beziehungsweise ich nutze den Prime Broker. Sind diese 2,99 Euro. Ich kann so viel kaufen und verkaufen, wie ich möchte. Und Aktien und ETFs besparen. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, Link natürlich hier unten im Video. Das ist ein Affiliate-Link. Da bekomme ich einen kleinen Kickback. Wenn du den hier benutzt, würde mich freuen. Danke dafür. Und ja, mein größtes Portfolio ist mittlerweile auch schon hier 1.000 Euro im Plus. Ja, hat einen Wert von 16.800 Euro mit 105 Euro Guthaben. Das sind die Dividenden, die jetzt zurückgekommen sind. Dann haben wir hier, ja, wir haben hier noch Konsorsbank. Ich habe ja drei Depots, also Konsorsbank, Scalable und die Comdirect. Die Comdirect war früher mein Hauptdepot. Hier natürlich bin ich auch schön im Plus mit 32% und 2.500 Euro. Hier hat jetzt einen Gegenwert von 10.000 Euro. Mittlerweile hier mache ich ja nichts mehr. Ich mache hier nur noch Käufe, beziehungsweise Verkäufe, wenn ich irgendetwas von den Sachen, vom Bestand kaufe oder verkaufe. Ich habe, wie gesagt, hier Denker verkauft und das auch schon wieder reinvestiert in einen anderen ETF. Genau, kommen wir zum ex-größten Portfolio hier und zwar dem größten Depot. Das ist, ja, die Comdirect. Das ist mein ex-Hauptdepot. Hier mache ich jetzt quasi nichts mehr, aber hier habe ich den größten Bestand von verschiedenen Aktien und auch hier haben wir schönes Plus. Und ja, dann kommen wir noch zu den Beer-to-Beer-Plattformen. Wie ihr wisst, ich habe hier knapp 4.000 Euro und 19 in Pandora, wobei hier der Portfolio-Wert noch 2.300 Euro sind, das heißt 1.700 Euro von dem Portfolio hier sind in Go & Grow. Mein Favorite hier, warum ich das auch noch nutze. Hier sieht man Danny von seinem, ist auch ein YouTuber, der hat den Kanal Rethink die Beer-to-Beer-Kredite. Also wenn euch Beer-to-Beer-Kredite interessieren, ist, finde ich hier Danny einer der Besten, der hier alles gut aufarbeitet. Ja, dann habe ich noch zu guter Letzt hier Mintos. Mintos ist meine zweite Beer-to-Beer-Plattform. Hier habe ich noch 1.000 Euro drinnen. Ihr seht hier aber knappe 300 Euro in Rückforderungen. Ich habe hier Mintos entspart. Ich hatte hier natürlich viel, viel mehr Geld drinnen. Mittlerweile mache ich es jetzt so, alles was über 1.100 Euro ist, sobald ich über 1.100 Euro bin, werde ich hier immer 100 Euro abziehen und ich lasse quasi immer hier es so lange zurückfließen, bis ich hier 100 Euro habe. Dann ziehe ich das ab, solange ich über 1.000 Euro bin und den Rest lasse ich einfach drinnen und lasse ich hier arbeiten. 1.000 Euro ist für mich ein überschaubares Risiko. Das sehen wir gleich bei den Klassifizierungen. Zu guter Letzt möchte ich noch mein letztes Depot hier aufzeigen. Das ist mein zweites Depot bei der Comdirect. Dort bespare ich den Geldmagneten. Was der Geldmagnet genau ist, das verlinke ich euch hier in einem anderen Video. Das ist natürlich hier ganz interessant und auch ist ganz ein anderes Konzept. Hier sind wir auch schön mit 28% im Plus. Was man beim Geldmagneten hier noch sagen muss, ist, dass der Geldmagnet nicht in meinem Portfolio aufscheint. Das heißt, diese 23.700 Euro müsste man hier beim Gesamtportfolio hinzuzählen. Das heißt, wir sind schon bald dreistellig. Das heißt, wir haben hier 93.000 Euro mittlerweile insgesamt an Portfolio-Wert, was ich in den letzten drei Jahren hier mir aufgebaut habe. Das ist ein schöner Wert. Bin sehr zufrieden damit. Und genau, da vollständigkeitshalber erwähne ich den. Geldmagnet am Anfang hatte ich den mit drinnen. Mittlerweile sehe ich das als gesonderte Sache nochmal. Wie gesagt, Geldmagnet, schaut euch das Video an. So, zu guter Letzt schauen wir uns jetzt noch hier die Anlagekategorien, die Klassifizierungen an. Ganz kurz, ich will ja nicht, dass das Video allzu lang wird, aber die halbe Stunde, die müsst ihr mir hier gönnen bei meinem Portfolio Update. Sonst bringe ich das einfach nicht unter. Genau, wir gehen gleich zum Rebalancing. Hier habe ich mir ein kleines Sheet gebaut, beziehungsweise hier eine Übersicht gebaut, damit ich das hier euch zeigen kann. Also, ich möchte langfristig, sind das meine Sachen, wie ich sie haben möchte. 10% in Immobilien, 70% in Aktien, 5% in Peer-to-Peer, 10% in Cash und 5% in Kryptowährungen. Wobei ich glaube, dass ich langfristig vielleicht die Kryptowährungen erhöhen werde. Und ja, wir sind hier bei 73% in Aktien, sind also knapp drinnen. Peer-to-Peer-Kredite könnte größer sein, ist aktuell nur 1,76%. 10% in Cash sind wir auf 15%. Ihr wisst warum, ich habe das auch kurz schon gesagt. Ich möchte hier mir einfach ein bisschen einen Cash-Anteil aufbauen. Das wisst ihr, habe ich am Anfang des Videos gesagt. Ja, Kryptowährungen sind wir jetzt bei 4,97%. Das passt für mich gut, ich bespare die ja weiterhin. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Und Immobilien, da habe ich ja nur den ETF. Und hier hat sich natürlich die Größe verringert, da ich ja die halbe Position von diesem REIT, von Tanger Factor Outlet Center hier reduziert habe. Ich bespare weiterhin diesen ETF, ist jetzt hier nur auf 2,9%. Aber langfristig passt das auch für mich gut. Hier werde ich wahrscheinlich umschichten und sagen, eher 10% Krypto und nur noch 5% Immobilien langfristig. Das überlege ich mir noch. Ja, die Branchen, hier gibt es nicht viel zu sagen. Es ist nicht Neues dazugekommen. Mir gefällt hier meine Aufteilung ganz gut. Ich habe natürlich Titel in Software, Technologie. Was hier natürlich nicht mit drinnen ist, sind die ETFs. Das sind hier wirklich Einzeltitel bis auf den Immobilien-ETF hier. Alles andere sind hier Einzelaktien. Und der Bestand der Einzelaktien zum Gesamtdepot ist ja hier nicht so. Es sind 70%, das habt ihr ja gerade hier gesehen. Beziehungsweise hier sind die ETFs auch schon mit drinnen. Das müsste man hier bei Anlagekategorien ansehen. Hier seht ihr, dass der Aktienanteil im Gesamtdepot nur 40% sind. Das heißt, wenn ich hier von Branchen rede, sind das 40% meines Portfolios hier gemeint. Und diese sind ja natürlich auch nochmal diversifiziert. Genau. Kommen wir zu Aktiv und Passiv. Das gefällt mir immer ganz gut hier. Ihr seht eben 70% Passiv-Investor, 30% Aktiv-Investor aktuell. Hier natürlich schichtet sich das um. Kaufe ich, verkaufe ich, was mache ich? Natürlich, wenn ich mehr verkaufe, kommt natürlich mehr Cash rein, welche sich dann wieder in das Passiv-Langfrist-Strategie stecke oder eben wieder zurück hier. Und ja, 70, 30% finde ich ist eine gute Aufteilung von Aktiv zu Passiv. Für mich, du musst natürlich selber wissen, was für dich gut ist. Genau. Kommen wir bei den Einzeltiteln, bei den Aktien zu der Aufteilung. Hier habe ich noch eine kleine Aufteilung gemacht. Aktien, die Dividenden zahlen und Aktien, die nicht Dividenden zahlen. Ich habe sie hier einfach Wachstumswerte genannt. Wobei wir natürlich hier gewisse Wachstumswerte auch hier drinnen haben, die aber Dividende zahlen. Deswegen habe ich sie hier einfach mal unterteilt zwischen Wachstumswerte und Dividendenzahler. Das ist bei mir Hälfte-Hälfte. Ihr seht, hier habe ich ein paar größere Positionen. Letzter Zeit gekauft. Ballantir, Pinterest, Twitter, Xiaomi, Tesla hier wird auch bespart von mir. Amazon ist hier natürlich insgesamt die größte Position. Das haben wir vorher auch schon gesehen. Alphabet, Berkshire, Hathaway. Facebook hier sind, ja, mir gefällt meine Aufteilung der Aktien aktuell sehr gut. Hier haben wir ein paar konservative Werte, wo ich hier nachgelegt habe. Einmal Unilever, hier Royal Dutch Shell, Vale, Tanger sind ein bisschen größere Positionen, die ich hier drinnen habe. Bin sehr zufrieden mit dieser Aufteilung. Krypto, auch sehr zufrieden mit dieser Aufteilung bin ich. Ich habe hier 70% in Bitcoin, 30% in Ethereum. IOTA, wie gesagt, ist weg. Habe ich umgeschichtet. Kommt jetzt natürlich langsam, langsam dann in Bitcoin rein. So gefällt mir das gut. Was natürlich hier fehlt, ist die Position des Indexes, des 125er Indexes. Die habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich die am besten hier einpflegen kann. Aber hier seht ihr einfach, ja, diese zwei Positionen. Hier bin sehr zufrieden mit dieser Aufteilung. Langfristig die zwei großen Big Player. Ganz souverän, konservativ könnte man jetzt schon hier sagen. Genau, kommen wir hier noch zu dieser Sache, die ist ganz interessant für mich. Wie viel ich in Spekulationen drin habe. Hier bin ich mittlerweile auf 30%, 75% Investitionen. Investitionen sind Titel, Aktien, ETFs etc. Sachen, die auch Geld ausschütten. Und Spekulationen sind bei mir Titel, die zwar auch Investitionen sind, aber die aktuell kein Geld ausschütten in Form von Dividenden, Ausschüttungen, Mieten, Zinsen etc. Genau, und das Barvermögen. Genau, vielleicht noch hier die Peer-to-Peer-Gewichtung. Ihr seht, die ist wirklich klein mittlerweile. Hier habe ich Pandora auch noch mit drinnen. Und ansonsten, ja, haben wir noch die Asset Allocation hier. Hier habe ich unterteilt zwischen Risikowachstum, Sicherheit und High-Risk-Spekulationen. Risikowachstum ist hier bei mir die größte Position. Das sind natürlich alle Aktien, ETFs etc. Und Immobilien und auch Peer-to-Peer-Kredite. Sicherheit ist bei mir der reine Cash-Anteil. Hier habe ich wirklich den reinen Cash-Anteil, wobei ich Cash nicht als sicher empfinde. Das ist ein anderes Thema. Und hier die Kryptowährungen. Genau, ich glaube, jetzt haben wir uns alles angesehen. Ich denke, ich habe nichts vergessen, nichts ausgelassen. Kommen wir nochmal zurück zur Gesamtübersicht. Wie gesagt, bin sehr, sehr zufrieden hier. Ich hoffe natürlich, dass du hier etwas mitnehmen konntest. Ich dich ein bisschen an meinen Gedanken hier teilhaben lassen konnte. Das ist für mich immer ganz wichtig und ganz interessant. Natürlich, wenn du Fragen hast oder andere Sachen oder Anregungen, Verbesserungsvorschläge. Ich bin immer offen für Kritik. Ich liebe Kritik. Daran kann man natürlich wachsen. Nur, wenn man einen Fehler macht, kann man auch daran, ja, sich verbessern. Schreib es mal in die Kommentare, das würde mich sehr freuen. Natürlich freut es mich, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als mir einfach einen Daumen hoch hier zu lassen. Ja, abonniere den Kanal, aktiviere das Glöckchen, wenn du nichts mehr verpassen möchtest. Ich bedanke mich für deine Geduld und, ja, dass du mir hier so lange gefolgt bist und hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, natürlich bleibt gesund in diesen Zeiten. Alles, alles Gute. Bis dahin, natürlich bleibt gesund in diesen Zeiten. 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 Bis dahin, natürlich bleibt gesund in diesen Zeiten.